Ich wollte mit euch mal zusammen die Update-Ankündigung durchgehen, das ist doch schön, oder? Ich lese so ein bisschen vor und sage euch, was so kommt und wir erkunden das mal gemeinsam, für die, die es vielleicht noch nicht machen wollen oder denen es zu blöd ist, das immer durchzulesen, mit denen mache ich das jetzt einfach, die kriegen von mir den Komplett-Service, ja, den Komplett-Service. Endboss. Endlich Riss Endboss geschafft, sehr gut, auf Elite und 6,2 Millionen GB3, auch nicht schlecht. Ingo sagt, oh ja, also, es gibt einen neuen Patch, ja, der Software wird offline geschalten, wir entschuldigen uns, ja, blablub, wie immer. Also, Update ist, am 6.11., das müsste der Montag sein, von um 19.15 Uhr, UTC-8, das heißt, das ist bei uns 9 Stunden später, das heißt, von 4.15 Uhr bis 6.15 Uhr müsste das in der Nacht von Montag auf Dienstag passieren. Ich gucke nochmal kurz auf meinen Kalender. 5, Montag ist der 6., genau, Montag ist der 6., ja, genau, 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 so ist es. Also, in der Nacht von Montag auf Dienstag von 4.15 Uhr bis 6.15 Uhr findet das Update statt und in der Zeit könnt ihr auch nicht spielen, ja, also, passt auf, Freunde, ja, da könnt ihr nicht spielen. Ihr kriegt dafür aber 100 Diamanten als Entschädigung, das steht schon mal fest. Gildenkrieg, ja, der erste Punkt ist Gildenkrieg. Die Saison vom Gildenkrieg Beta 2 wird offiziell am 13.11. um 9 Uhr unserer Zeit beginnen. Okay, also am 13.11. wissen wir ja eigentlich schon fast, wenn man die drei Wochen von der ersten Saison rechnet, ja, Am 13.11. beginnt die zweite Gildenkriegssaison. Überarbeitende Saison. Nach der Überarbeitung werden die Gildenkonfrontationen wöchentlich stattfinden. Die Vorbereitungsphase montags und dienstags, die Kampfphase mittwoch bis samstag und die Phase der Ranglistenberechnung sonntags. Aha, jede Saison wird acht Wochen dauern und mit einer großen Saisonberechnung enden. Ah, okay. Das heißt, wir haben dann Montag und Dienstag Zeit, unsere Defense zu setzen. Haben dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag vier Tage, an denen wir wahrscheinlich jeweils acht Angriffe machen können. Dafür, wo wir jetzt halt zwei Tage Zeit haben. Haben wir dann jeweils einen Tag für die acht, also jeden Tag acht Angriffe raushauen. Und am Sonntag wird berechnet. Und am nächsten Montag geht es schon wieder neu los, kriegt man den nächsten Gegner, kann Montag, Dienstag wieder setzen und dann wieder die nächsten vier Tage Kämpfe machen. So vermute ich, wie das jetzt, weil wir müssen ja irgendwie auf die gleiche Angriffsanzahl kommen. Und wir haben ja jetzt vier mal acht. Und wir haben dann vier Tage Zeit, deswegen vermute ich, dass man dann pro Tag die acht Angriffe bekommt. Steht zwar nicht hier, aber das ist meine Vermutung, ja. Überarbeitete Belohnung. Nach der Überarbeitung werden die Belohnungen für jede Spielrunde basierend auf dem Ergebnis und der aktuellen Platzierung zu Beginn der nächsten Runde verteilt. Okay. Die ursprüngliche Saisonbelohnungen bleiben bestehen, wobei der letzte Tag der Saison dem Einsammeln der Belohnung gewidmet ist. Okay. Also was ich gerade noch nicht nochmal aufgefasst habe, war, jede Saison wird acht Wochen dauern. Das heißt, diese Vorbereitungsphase, Kampffase und Berechnungsphase geht dann acht Wochen lang und danach ist die Saison zu Ende. Also faktisch eine Saison beinhaltet acht Gildenkriege. Okay, okay, habe ich verstanden. Überarbeitende Kampffunktion. Wir haben den Einsatzmodus der Dämonensoldaten überarbeitet. Keine Intervalle und Wellen basierten Teams mehr. Aha. Also alles wieder anders. Plus gut, dass wir gerade gelernt haben, wie es geht. Stattdessen können Kommandanten jetzt aus fünf Arten von Dämonensoldaten wählen und sie je nach verfügbarer Energie einsetzen. Aha. Die sich mit der Zeit wieder auffüllt, aber nicht mehr als zehn Punkte beträgt. Aha. Mit der Ausnahme des Dämonenhauptmanns kann jeder Typ von Dämonensoldaten für eine zusätzliche Zeit eingesetzt werden. Aha. Also das spielt sich dann, glaube ich, ein bisschen interaktiver, wenn ich das verstehe. Wir nehmen dann sozusagen, wie viel waren es? Fünf Dämonensoldaten nehmen wir mit. So ähnlich wie bei der Teamauswahl jetzt hier im Game. Und dann hat man wahrscheinlich wie so eine Art Energie und kann dann halt für die Energie kaufen und aufs Spielfeld bringen. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich erstmal ein bisschen Energie poolen, obwohl man kann ja bloß bis zehn poolen. Und dann halt alle mit einmal raus, dass die möglichst schnell hintereinander kommen. Ihr wisst ja, weil dann laufen vielleicht ein paar durch. Also es ist ein komplett anderes System. Finde ich aber interessant, muss ich sagen. Es klingt ein bisschen interaktiver als das jetzige. Okay, machen wir mal weiter. Angepasste Stats und Attribute. Zur Anpassung an die neuen Kampffunktionen der Dämonensoldaten haben wir alle Attribute der Dämonensoldaten neu abgestimmt. Die KK-Verstärkung bei den Verbinden von Dämonensoldaten mit Lordhelden wird ebenfalls angepasst. Wobei Lordhelden unterschiedlicher Seltenheit verschiedene Attributsverbesserungen bieten. Aha. Okay. Also gut, das müssen wir uns dann mal im Detail angucken. Erlaubnis für Gildenleiter. Das klingt schon mal gut. Das klingt wie für mich gemacht, der Punkt. Fünftens. Erlaubnis für Gildenleiter und Vize-Gildenleiter zur Garnisionsanpassung hinzugefügt. Am letzten Tag der wöchentlichen Vorbereitungsphase, also Dienstag, können nun die Gildenleiter und Vize-Gildenleiter die Garnisionsposition ihrer Mitglieder neu einstellen. Nur das Mitglied mit den geeigneten Garnisions-Teams und den entsprechenden Gildenrang kann auf die gewünschte Befestigung versetzt werden. Ah. Das heißt, ihr könnt eure ganzen Teams setzen und ich kann die da nochmal verschieben am Ende. Also ich kann dann sagen, okay, den rücke ich jetzt mal in die Festung 1 und den dafür in Festung 3. Das Problem ist halt nur, dass die großen Gebäude haben ja ein anderes Layout. Gut, deswegen kann ich da wahrscheinlich nur die Elite halt zwischen den großen Gebäuden hin und her switchen, ja. Er kann ja nicht einen von so einem kleinen Turm auf den großen setzen, weil da müsste der seine Defense neu einstellen. Aber okay, das ist in Ordnung. Das hat sich Winstroll gewünscht. Das weiß ich noch, das hat er geschrieben. Saison-Beitragsrangliste hinzugefügt. Öffne Gildenkrieg-Mitglieder-Info-Beitragsrangliste, um sie zu sehen. Diese Rangliste basiert auf den Beiträgen der Gildenmitglieder in der aktuellen Saison. Außerdem wurde die Regel für die Beitragsberechnung angepasst. Das Team, das den zentralen Burgfried zerstört, erhält mehr Beitragspunkte und die verbleibenden LP der Garnisionsfestung werden ebenfalls als Beitragspunkt umgerechnet. Ah, okay. Okay, okay. Ja, ist halt so semi, weil ich meine, diejenigen, die vorher irgendwie das aufgemacht haben, um den Burgfried überhaupt angreifen zu können. Und außerdem stellen ja viele in den mittleren Gebäuden mittlerweile eh die guten Leute rein. Klärens, gute Nacht und schön, dass du dabei warst. Okay, machen wir weiter. Siebtens, ganz schön viele Anpassungen hier. Angepasste Regeln für Gildenkrieg-Punkte. Optimierte Punkteerhöhung und Reduzierung, wobei der Wert auf Sieg und Niederlage und weniger auf verbleibende LP gelegt wird. Okay. Keine Ahnung. Angepasste Trainingsstufen. Die Trainingsstufen wurden an die neue Kampffunktion der Dämonensoldaten angepasst. Macht Sinn. Das heißt, wir dürfen dann nochmal neu trainieren. Oh, die Belohnung, die man für den Sieg in allen Trainingsstufen erhält, wurde auf einen legendären Dämonensoldaten, in Klammern Ritter der Zerstörung, aufgewertet. Das heißt, jeder, der das Tutorial da spielt, diese Trainingsstufen, kriegt den Ritter der Zerstörung. Das ist doch mal was, oder? Ich muss mal kurz das Lied rein, jetzt weitermachen hier. Jetzt kriege ich Kopfschmerzen. Okay, 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 klingt gut, klingt gut. Kostenloser, 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 legendärer Dämonensoldat für alle. So muss das sein. Angepasste Dämonensoldaten im Gildenshop. Okay, das haben wir eh noch nicht gekauft, ja. Die Kaufanforderung für bestimmte Dämonensoldaten wurde gesenkt und neue wurden im Shop hinzugefügt. Zehntens, oh, das ist natürlich ein krasser Fehler hier, seht ihr das? Die sind immer gelb hervorgehoben, diese Punkte, aber bei zehntens nicht, ja. Krasser, krasser Fehler. Also, dass sowas in so einem Game passiert, ist eigentlich nicht verzeihbar. Was sagt ihr? Zehntens, Optimierung der Benutzeroberfläche, Leistung und Navigation. Ah, okay, okay. Welches Lied heute? Läuft heute Musik? Hört auf zu trollen, ja. Es läuft Musik. Es läuft Musik. Ich mach jetzt nicht meinen eigenen Stream an, um zu gucken, ob Musik läuft, ja. Bitte mal irgendjemand, dem ich vertrauen kann, schreiben, ob Musik läuft. Bitte. Heldenbesuch. Achtung, Freunde, wir kriegen Heldenbesuch. Einführung. Jeden Tag um 0 Uhr, also wahrscheinlich bei uns um 9 Uhr, besteht die Chance, dass ein geheimnisvoller Held ein Lager besucht. Okay, was mach ich damit? Damit, die Helden werden nur bis 24 Uhr desselben Tages im Lager, also ein Tag halt, das Abschließen von Quests der besuchenden Helden wird großzügige Belohnungen gewähren. Aha. Das wirst du so schnell nicht mehr los. Ja, leider. Aber ich mein, ich hab's ja das letzte Mal selber gesehen, dass es gemutet war und hab gewusst, dass es eigentlich, hättet ihr nichts hören dürfen, aber läuft alles, ja. Danke, Olumu. Heldenüberarbeitung. Ich find's ja gut, dass immer mal versucht reinzutrollen, aber wie gesagt, eigentlich, wenn ich sehe, dass da kein durchgestrichener Lautsprecher ist, bin ich eigentlich sicher, ja. Aber wer weiß, ja. So. Heldenüberarbeitung. Oh, oh. Kämpfer Clutoni. Fünfter Sitz der Hölle. Oh, oh. Clutoni wird überarbeitet, Freunde. Oh, oh. Kannst du mich auch dazu schreiben, wenn du einen Stream betitelst? Ach so, kannst du nicht ASMR dazuschreiben? Ja, genau. Da muss ich dann aber auch hier am Mikro rumkratzen oder so hier. So, was macht denn Clutoni jetzt? Talent. Damage skaliert mit den LP. Freunde, es ist soweit. Wir brauchen LP-Damage-Items. Wir haben es vorher schon gesagt, jetzt passiert's, ja. Okay, den gucken wir uns dann einfach mal detailliert an, wenn der rausgekommen ist. Aber wichtig ist, der skaliert dann mit LP. Was haben wir sonst noch? Hier gibt's noch Sonstiges. Damage-Stats der Abschlussteams zu den Raid-Anleitungen hinzugefügt. Neue Erfolge. Die Beute von Ansturm und Finsternis bietet nun auch die Chance auf Dämonen-Soldaten-Splitter. Das ist gut. Das ist schön. Mehr Dämonen-Soldaten für alle, ja. Fraktionsprüfung Sterne-Belohnung hinzugefügt. Sammle den legendären Helden-Pakt, in dem du insgesamt 276 Sterne erreichst. Aufstiegs-Animation für Commodore, Ajax, Kalypso, Laia, Valeria und Cyrus wurden hinzugefügt. Okay. Eine Aufstiegs-Animation. Also immer wenn man hier auf Aufstieg klickt, dann hüpfen die ja irgendwie rum oder machen irgendeinen Spruch oder zeigen, was sie können. Da gibt es jetzt halt ein paar neue für die gerade vorgelesenen. Kundensystem für Windows-Version wurde hinzugefügt. Okay. Optimiert. Achtung, es gibt noch Optimierung, ja. Erhöht Beute von Geist der Baummutter, Urgeist und Geist der Königin, Stufe 20 und 21. Aha. Für Ausrüstungstil 1, 2, 3. Das heißt, in den Gear Rates, Stufe 21 und 20, gibt es jetzt mehr Splitter. Äh, von diesen, also mehr von diesen, von diesen Materialien, die man zum Entfalten braucht. Man kriegt jetzt sozusagen in Stufe 20, nicht mehr 1 oder 2, sondern man kriegt 1 oder 3 und ab Stufe 21 kriegt man 2 oder 3. Okay. Menge, das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Menge an Mithril, das man beim Zerlegen von Artefakten, von Level 1 Artefakten erhält, wurde erhöht. Das heißt, aktuell bekommt ihr für ein episches Artefakt 4 mit Trill, wenn ihr es zerlegt, der kriegt ihr dann 10. Für ein legendäres bekommt ihr jetzt 30, dann 45 und für ein mythisches bekommt ihr jetzt 65 und dann 100. Deswegen habe ich vorhin gesagt, jetzt macht es aktuell keinen Sinn, behaltet eure Artefakte und macht sie dann einfach nach dem Update kaputt. Im Bestfall. Die Modelle und die visualisierten Effekte der Skins, die visuellen Effekte der Skins von einigen Monstern im Ausrüstungs-Rate 3 wurde verbessert. Ah, okay. Spannend. Die visuellen Effekte und grafische Qualität von Monstern im Artefakt-Rate wurde optimiert. Ja, okay. Kampagnenstufe Schwer und Expert im Kapitel 3 wurde optimiert. Neue Monster hinzugefügt. Okay. Wayne. Der Schwierigkeitsgrad einiger gemeinsamer Gilden-Quests wurde gesenkt. Okay. Der Algorithmus für die Gilden-Bewertung in der Gilden-Anleitung wurde angepasst. Benutzeroberfläche, Chat-System, Windows-Version. Okay. Belohnung für wenige, für einige. Okay. Okay, okay. Also nichts weiter Spannendes. Guck dir mal Punkt 4 an den. Okay, Punkt 4. Ach, da redest du hier wahrscheinlich um den, oder? Okay, wir gucken uns mal kurz, kurz noch den, den, den Skill-Effekt an von Punkt 4 hier von, ähm, von Clotodi. Skill-Effekt. Ähm, und da geht es um das, die Ulti, sozusagen. Das ist ein Auto, äh, Ding mit, ähm, mit, mit 1000 Wut. Geht auf 900 Wut runter. Zerreißt und tötet einen Gegner. Ganz geil. Okay, zerreißt und tötet einen Gegner in Reichweite mit 10. Sehr gut. Das heißt ja auch Nagen, ja. Handelt es sich bei dem Ziel um einen Elite oder einen Boss, wird stattdessen 500, 500, 600, 600, 800% Damage zugefügt. Ah, okay. Nach dem Skill-Einsatz regeneriert sich 30, 40, 50% der Max-LP. Moment. Heißt das, heißt das, heißt das, wenn ich den Skill nehme, dann wird ein Gegner, wenn es kein Boss oder kein Elite ist, wird der einfach zerrissen. Egal was da steht, das wird einfach weg. Und falls es ein Elite oder ein Boss ist, dann ist er nicht sofort tot, weil das würde ja ein bisschen den Gilden-Boss ad, 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 ad da legen, ja. Sondern da macht er dann halt 800% Damage dran an dem. Hm. Klingt, klingt erstmal so, als könnte man es mal ausprobieren, oder? Das ist big, ja. Ja, cool.